Okay, jetzt haben wir mal die Theorie hinter den neuronalen Netzen gesehen. Ich habe auch schon das neuronale Netz hier so ein bisschen oder generell eine Vorlage für neuronale Netze mal programmiert. Und wie wir sehen werden, ist es gar nicht so komplex, wie das vielleicht zunächst mal den Anschein hat. Zunächst mal habe ich hier eine Klasse gemacht, Neuron, die ist Abstract. Also es gibt keine wirklichen Neuronen, sondern wir können davon nur ableiten. Und zwar muss diese Klasse, von der wir dann, die ableitet, muss dann eine GetValue hier haben, damit wir wirklich den Value von diesem Neuron hier auslesen können. Und zusätzlich habe ich hier noch eine statische Funktion gemacht, Sigmoid, die genau das macht, die Sigmoid-Funktion. Wird hier eben an der Stelle dann ausgerechnet, wobei ich mich gerade ehrlich gesagt selber frage, ob ich das vielleicht nicht besser in die MathF nachher packe. Wäre vielleicht besser. Gucke ich mir dann nachher noch an. Okay, gut, also wir haben jetzt ein Neuron und davon müssen wir ableiten, um ein echtes Neuron zu erzeugen. Und hier gibt es zwei unterschiedliche Varianten, nämlich einmal ein Input-Neuron, so habe ich es zumindest genannt, ein Input-Neuron, und ein Working-Neuron. Ein Input-Neuron ist einfach genau das, was wir bereits schon kennen. Und ein Working-Neuron ist dann etwas auf der Hidden-Layer oder auch der Output-Layer. Also die beiden Layer, die habe ich jetzt einfach mal zusammengefasst zu einer Klasse und zwar zu dem Working-Neuron. Und das Input-Neuron, das ist wirklich komplett trivial. Beim Input-Neuron haben wir einfach hier nur einen Value drin, den wir setzen können und den wir eben lesen können. Total trivial. Also wirklich das, ja, einfache geht eine Klasse im Prinzip fast nicht. Wir haben einen Wert drin mit einem Setter und einem Getter. Wir könnten daraus übrigens in C-Sharp auch ein Property noch machen, wobei ich dann die Get-Value hier ein bisschen Probleme hätte, eventuell, um das zu überschreiben. Aber von dem her lassen wir es einfach mal so, wie es ist hier. Und dann kommen wir zum Working-Neuron. Das wird schon ein bisschen komplexer, aber hält sich auch noch in Grenzen. Zunächst mal hat das Ganze hier oben auch wieder einen Value, jedoch mit einem besonderen Typ, das kennt man so in Java vielleicht nicht, mit einem Fragezeichen dahinter. Also zunächst mal, wenn ich das Fragezeichen weglassen würde, wäre es genauso wie in Java. Aber wenn ich ein Fragezeichen dahinter mache, dann hat dieser Typ noch die schöne Eigenschaft, dass er null sein kann. Auf die Art und Weise kann ich diesen Value hier nämlich invalidieren und validieren. Das ist ein kleines, ja, ein bisschen Performance, wo ich daraus kitzeln kann. Nämlich, wenn wir uns angucken, okay, wir fragen ein Output-Neuron nach dessen Value, dann muss dieses Output-Neuron ja die ganzen Hidden-Neuronen fragen nach deren Value, um es auszurechnen. Ja, aber diese ganzen Hidden-Neuronen, die müssen sich doch nicht nochmal neu errechnen, sozusagen, wenn ich dann das nächste Output-Neuron will, den Wert davon. Das ist so eine kleine Performance-Optimierung einfach nur. So, genau, dann gibt es hier noch die Connections drin. Gehen wir mal am besten direkt rein, was ist eine Connection? Eine Connection ist einfach nur ein Neuron, also das, wo der Wert herkommt. Also die Working-Neuronen, die ziehen sich sozusagen den Wert raus und noch zusätzlich ein Gewicht. So, und wenn wir eine Connection hier erstellen, dann müssen wir eben ein Neuron reingeben und ein Gewicht. Und über Get-Value können wir dann das, was, beziehungsweise ist das hier ein Bug. Sehr schön. Man sieht, dass das gerade live in der Entstehung ist. Ich konnte das Ganze nämlich noch nicht testen. Das hier wäre natürlich eine Endlos-Rekursion. Was ich eigentlich meine, ist natürlich Entry-Neuron.get-Value. Genau, so meinte ich das. So kriegen wir dann wirklich den Wert. Über nur Get-Value würde sich das ja rekursiv hier die ganze Zeit wieder aufrufen. Das macht keinen Sinn. Aber so stimmt's. Genau. Und das ist dann hier eine Connection. Und so eine Liste an Connections hat eben jedes Working-Neuron. Das sind die Neuronen, von denen sich dieses Working-Neuron sozusagen die Werte holt. Das ist die Connection. So, und dann können wir hier eine Connection adden. Entweder indem wir ein Neuron reingeben und ein Gewicht. Oder eine Connection selber. Auf die Art und Weise können wir das reingeben. Hier in diesem Fall habe ich jetzt nicht gecheckt, dass es nicht irgendwelche Schleifen geben könnte in dem neuronalen Netz. Das würde dann auch wieder zu Endlos-Rekursionen führen. Das wäre dann eben ein Bug. Aber solche Checks lasse ich am besten jetzt mal zunächst raus. Wir müssen einfach später darauf achten, dass wir keine Schleifen in unser neuronales Netz reinbauen. Solange wir das nicht machen, sind wir sicher. Okay, dann invalidate ist einfach nur eine Funktion, die dafür sorgt, dass wir sagen können, okay, dieser Value hier oben, der wird wieder auf 0 gesetzt, um den dann hier wieder neu auszurechnen. Denn, wenn wir hier diese getValue aufrufen, dann wird erstmal geprüft, hey, ist unser Value null? Und falls ja, dann wird er ausgerechnet über die Calculate. Und dann wird er zurückgegeben. So oder so wird das Value hier oben zurückgegeben. Nur falls er null ist, muss er erst noch ausgerechnet werden. Und das passiert hier in der Calculate. Da haben wir zunächst mal einen Value, den wir auf 0 setzen. Und dann gehen wir über alle Connections drüber, holen von den einzelnen Connections den Wert, summieren das Ganze auf. Und dann errechnen wir hier noch den Siegmod. Das habe ich jetzt hier in diesem Fall auch gemacht für die Output-Neuronen. In der letzten Episode habe ich gesagt, dass ich es eventuell nicht mache. Ich habe es jetzt doch gemacht. Also auch die Output-Neuronen, die werden einen Wert letztendlich haben zwischen 0 und 1. Wobei ich Siegmod eventuell auch noch anpassen werde, sodass es nicht mehr zwischen 0 und 1 ist, sondern zwischen minus 1 und plus 1. Ich vermute mal, dass es schönere Ergebnisse gibt. Wird aber alles noch getestet. Genau, und auf die Art und Weise kalkulaten wir das Ganze dann eben hier und geben den Wert zurück. Also, nochmal ganz langsam. Wir haben ein Neuron, das hat einfach nur eine Get-Value. Wir haben Input-Neuronen, wo wir die Werte ersetzen können und sie holen können. Und wir haben Working-Neuronen, die einen Value haben, der entweder ausgerechnet sein kann, dann hat es einen richtigen Wert, oder eben nicht, dann ist es Null. Und dieses Working-Neuron hat eine Liste aller Neuronen, wo sich die Werte herzieht. Das ist im Prinzip das Wichtigste. Und von denen wird dann die Summe gebildet und dann über Siegmod der echte Wert ausgerechnet. So. Und wenn wir das jetzt alles haben, dann können wir daraus ein neuronales Netzwerk bauen mit drei Schichten hier. Und zwar eine Liste für die Input-Neuronen, eine Liste für die Hidden-Neuronen und eine Liste für die Output-Neuronen. Und hier habe ich einfach mal drei Methoden gemacht, über die wir das Ganze dann hinzufügen können. Also wir adden dann ein Input-Neuron oder wir adden ein Hidden-Neuron oder wir adden ein Output-Neuron. Das ist alles momentan noch überhaupt nicht mit irgendwelchen Security-Checks. Also nicht von wegen, dass wir Input-Neuronen nicht eventuell doppelt hinzufügen oder sowas. Das wird wahrscheinlich auch nicht mehr kommen. Darauf muss man dann halt achten, wenn man damit programmiert. Mal gucken. Vielleicht mache ich da auch noch was. Wäre schöner, aber ja. Mal gucken. Ich überlege es mir. So. Dann habe ich hier Generate-Hidden-Neurons. Also wir können ja einmal die Input-Neuronen und die Output-Neuronen ganz normal hinzufügen. Wir könnten auch selber einfach Hidden-Neuronen hinzufügen. Oder wir sagen einfach Generate-Hidden-Neurons und zwar wie viele. Und auf die Art und Weise können wir dann sagen, okay, Generate-Hidden-Neurons 20 Stück. Machen wir jetzt mal 20 Hidden-Neurons. Und das ist einfach so ein kleiner Helper dann für diesen Zweck. So. Und dann Generate-Full-Mesh. Wenn wir am Anfang die ganzen Neuronen hinzugefügt haben, dann sind die ja noch nicht miteinander verbunden. Dann hätten wir sozusagen ein neuronales Netz, wo kein Neuron mit irgendetwas verbunden ist. Das ist natürlich ein bisschen witzlos. Dafür habe ich dann hier eine Generate-Full-Mesh gemacht, die dafür sorgt, dass alle Hidden-Neuronen mit allen Input-Neuronen verbunden werden und alle Output-Neuronen mit allen Hidden-Neuronen. Also wir verbinden sozusagen jede Schicht mit der darauf folgenden. Komplett. Komplett vermarscht. So. Und auch hier gibt es wieder eine Invalidate, die dann eben über die jeweiligen Hidden-Neuronen und die Output-Neuronen drüber geht und diese invalidiert. Und dann hier unten, das ist noch eine To-Do, das ist dann ein Klon. Ich werde es vielleicht noch anders nennen, vor allem eigentlich nach C-Sharp-Konvention muss man Methoden immer groß schreiben. Deswegen war da noch ein Konventionsfehler. Und hier müssen wir eben das neuronale Netz, was wir aktuell haben, müssen wir auf irgendeine Weise klonen können für das Kind. Also wir klonen sozusagen unser Gehirn und geben das unserem Kind mit. Dafür wird dann die Klon-Methode hier unten sein. Genau. Und das war es im Prinzip soweit. Und eventuell werden die Input-Neuronen auch noch selber Namen bekommen, damit man diese Input-Neuronen und die Output-Neuronen eventuell auch, vielleicht mache ich einfach, dass alle Neuronen Namen haben, damit man die leichter wieder rausziehen kann aus so einem geklonten neuronalen Netz. Also wenn ich zum Beispiel, ich mache ursprünglich sozusagen den Urvater aller neuronalen Netze von diesen ganzen Viechern in EvoNet und gebe den ganzen Neuronen hier einen Namen und kann dann sagen, okay, ich möchte jetzt bitte wieder dieses Neuronen mit dem Namen haben, das mit dem Namen, das mit dem Namen, einfach eine Map auf die Art und Weise generieren, damit es allgemein gehalten ist. Also dass dieser Code hier, diese neuronalen Netze theoretisch auch für was anderes noch benutzt werden könnten. Genau. Das wäre es soweit zu der Programmierung von den neuronalen Netzen. Falls ihr irgendwelche Fragen habt oder sogar vielleicht Bugs gefunden habt, das ist alles, wie gesagt, noch nicht getesteter Code. Das ist so Code, wo ich mir vorstelle, so sollte er funktionieren. Mal gucken, ob er es wirklich tut. Gut, ich habe halt momentan noch relativ wenig, mit dem ich das Ganze testen kann. Okay, gut.